Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Okay, ich hab den jungen Herrn... Oh nein. Immer noch nicht gefangen. Nein. Der mit seiner vermalle Titan Gatling kann da unten. Warte mal, dann hol ich mir jetzt hier. Ich hoffe, das geht überhaupt nicht, dass der mich jetzt da doch erwischt. Oh ja, er weiß natürlich direkt, wo ich hin bin, ne? Dat weiß er wohl, dat weiß er wohl, warte. Bitte treff mich nicht durch die Tür. Das wär extrem fair. Lalalalala. Hoffentlich, dass der sich schnell mitreden kann. Okay, Kumpel. Oh ne, 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 ne. Nicht mitreden, mein Freund. Ne, weg, 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 weg. Weg. Stirb doch mal. Stirb doch mal. Nein! Oh, da, 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 da. Ey, wie, 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 wie hat nicht stirbt? Guckt das mal an. Der will halt nicht sterben, Leute. Seht's euch an. Die Dreckschweinebacke. Ja, Mann. Komm, Kerl. Ich kann halt auch schlecht in den Kopf schießen, weil er hat ja seine komische, schöne Maske auf da. Ach, Kerl. Mach's mir doch nicht so schwer jetzt. Stirb einfach. Ja, danke. Danke. Arschbacke. Galerieschlüssel. Endlich. Oh, Mann. Ey, ich sag ja, wenn man den Typ nicht rechtzeitig erwischt, so wie ich jetzt nicht, dann hat man da voll die Probleme, den zu erwischen. Ne, ist logisch. Wenn man den nicht gleich erwischt, dann erwischt man ihn später, aber dann hat man's schwerer. Naja, ich sag ja, das ist alles von meinen Zielkünsten abhängig. Wenn ich's dann nicht treff mit dem blöden Scharfschützengewehr, dann... Ja. Dann kommt halt sowas dabei raus. Aber ich komm jetzt weiter und ich weiß gar nicht, ob ich mich so drüber freuen soll, denn das ist jetzt auch wieder eine richtig bescheuerte Stelle. Die ist verschlossen. Nein. Seriously, Sherlock. Erzähl mir nix. Ach, guck mal, da oben. Seht ihr das? Hihi. Man versteckt ja eigentlich immer was in Hirschgeweihen. Also, in den anderen Resident Evils ist das ja auch oft so. Boah, ich weiß nur, in dem Schloss hier kommen so fiese Stellen noch. Das ist so ein gemeines Kapitel hier. Naja. Gut, wir müssen was lösen. Sechs Geopfer erleben, bringen neues Licht. Ihr seht es ganz rechts und... Also, die beiden rechts sind jeweils zwei. Dann einer ganz links und... Ja, davon Jesus mit seinen zwei Kumpels. Also, es sind acht insgesamt. Wir müssen es aber schaffen. Nun... Na, jetzt sind es acht. Jetzt sind es neun. Hm. Ich kenne die Kombination nicht. Also, probiere ich jetzt einfach mal wild rum. Na, das passt auch nicht ganz. Nein. Ja, das sind doch sechs, oder? Okay. Perfekt. Alles klar. Klack. Und weiter geht's. Oh, ich will nicht weiter. Ja, deswegen. Was ist das? Welche Verzweiflung. Aber ich glaube, es ist Ashley, die wir brauchen. Nicht dich, Herr Kennedy. Wenn du nicht mehr braucht, dann treibet's von meinem Kopf, älter Mann. Ha, hättest du gesagt, älter Mann, Herr Kennedy? Es könnte für eine Verzweiflung kommen, aber ich bin nur 20 Jahre alt. Also, du bist nur wie alle anderen? Die Puppete und die Parasyte? Sicherlich, du denkst nicht, dass du ich die gleiche als die Schleimhauten? Die Parasyte, die Blagas, die schläftige Kinder zu meinem Willen. Ich habe absolut Kontrolle. Ich habe wirklich keine Angst. Rain oder signiert, du bist ins Wasser. Oh ne. Geh weg von deinem amerikanischen Freund. Ha! Was? Steht da einer auf? Hör aufzuschmeißen mit deiner Sense. Wer ich das schon höre, ne? Das Geräusch. Ja, komm, mach auf. Komm, komm. Fein macht er das. Fein macht ihr das. Ah, Mann, ey. Ja, ich sollte warten, bis die Tür zugeht. Bis die dann nämlich wieder aufmachen. Ich hoffe, hinter mir kommt keiner. Ja, das ist eigentlich die einzige Methode, wie man hier recht unbeschadet durchkommt, muss ich sagen. Alles andere ist blanker Unfug. Ja, allein schon wegen den Typen da. Mit ihrem Flammenarmbrüsten. Solche Mistkerle. Ja, jetzt schießen sie schon wieder auf mich. Präventiv, obwohl sie mich gar nicht sehen, ne? Finde ich ja voll lustig. So, und tschüss, ich bin wieder weg. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch einer kommt, aber es ist mir egal. Es ist mir egal. So. Gelbes Kraut hier. Lecker, lecker, gelbes Kraut. Ich hab hier noch eins. Ha! Perfekt. Also, falls ich verletzt werden sollte, kann ich ruckzuck wieder mischen. Oh, seht mal. Mission Impossible. Na, ha, ha, Penner. Ha, 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 du Idiot. Na komm, peng. Was war das denn, hab das gesehen? Ich hab den im Kopf abgetreten quasi. Nämlich die Tür aufgekickt hab. Oh, kannst du mal. Danke. Meine Güte, ey. Was die aber auch aushalten. Das ist so abnormal. Bescheuert einfach nur. Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, weil da ist gar keiner mehr. Oh, nö, das bringt nix. Aber da drüben bringt's was, warte. Habt das gesehen, habt das gesehen. Ich hab blind getroffen. Habt das Ding nicht gesehen, aber hab ihn erwischt. Okay, ihr Penner. Mit mir nicht. Mit mir nicht. Ihr könnt mich da nicht rauslocken. Könnt ihr vergessen. Ich warte jetzt auf euch. Ja, ich mach's jetzt echt auf die Safe-Methode. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Von wegen, Brugger, du bist kein Pro. Das war voll Noob. Aber glaub mir, das ist Pro. Ich spiel's auf Pro. Von daher verhalte ich mich wie einer. Nämlich, immer sicher, Sicherheit geht vor. Naja, das scheint dich aber nicht zu interessieren. Deswegen muss ich das mal... Muss ich das doch mal so machen? Na komm, komm, ich treff dich nicht. Wenn du dich da so dumpf so steckst hinter der Ecke. Na komm, egal. Pistolenmunition hab ich eh genug. Das kann ich ruhig rausballern ein bisschen. Außerdem find ich hier wieder. Oh, wieder da rumrennt der Idiot. Hast du gesehen? Nein! Jetzt kommen die auch noch, die Penner mit ihren Panzer-Fäusten. Ey, Jungs, ist nicht lustig. Nein. Und da hinten kommt auch noch einer, ne? Ja, ja, ich weiß. Ja, die Muni ist jetzt auch weg, die da noch lag. Finde ich halt total bescheuert. Aber ich kann nichts machen dagegen. Och ja, ist klar. Und der von hinten kommt auch gleich, ne? Wo kommt der denn? Ich höre ihn doch schon, wie er mit seiner Armbrust da rumklackert. Da ist er. Schwein. Haha. Depp. Ihr seid so deppen. Ja, warte nur. Oh oh. Ja, ich glaub, der lebt noch. Was? Lassen wir jetzt erstmal gut sein. Äh, hä, hä. Rennst du denn hin, du Arsch? Ja, ich seh's, dass du wegrennst. Da bist du. Schweinebacke. So. Oh oh, dem wächst auch was aus dem Hals. Nein! Ich hab's doch gesehen. Da dem auch. Dem klappt dann so der Schädel hinter. Äh. Und dann wächst da was raus. Hä? Nee. Oder doch? Oder nicht? Oder vielleicht? Ich weiß es nicht. Hä, ist dem jetzt echt nix aus dem Hals? Doch, da ist er doch. Ich sag's doch. Wenn die schon so den Kopf hinter klappen, dann muss da was rauswachsen. Wobei die nicht so gefährlich sind. Äh. Wie die mit den Klingen, ne? Die komischen Parasiten, wo den Klingen dann irgendwie da so aus dem Hals kommen. Das ist voll widerlich. Aber voll widerlich. Jetzt hab ich wohl mein ganzes Schrot wieder verballert, ne? Ja, ja. Hab ich gut gemacht, ne? Hab ich gut gemacht. Aber, ich sag ja, safe. Bin ich einmal getroffen worden hier. Was? Das Sicherheitssystem ist aktiviert. Ich muss es erst deaktivieren. Nö. Volles gutes Sicherheitssystem hier. Voll bescheuert. So, jetzt kann ich's auch mal wagen, hier unten die Vasen zu zedeppern. Aber voll fies, ne? Wenn man jetzt mitten im Raum gestanden wäre, dann hätten sie einen richtig toll erwischt mit ihren Panzerfäusten. Dann wär ich wahrscheinlich wieder mal gestorben hier. Aber so hab ich mir das ja echt gespart. Warte mal. Wo ist denn das? Achso. Ha. Spinel. Ein Spinel. So. Hier muss irgendwo... Ja. Ne. Hä? Hä? Ach hier. Ich dachte schon. Scheint ein anderes Sicherheitssystem zu sein. Ja, bitte. So, das ist ein Schatz. Aber ein ganz bestimmter Schatz sogar. Och, nicht schon wieder, Jungs. Sag mal, gebt ihr es nicht mal auf oder so? Diesmal haben sie sich wenigstens ihre Kapuzen aufgezogen, seht ihr? Ja, ja, ihr seid toll. Ihr seid die Besten. Ihr seid super, Jungs. Ihr habt's drauf. Och, nö. Es wär auch herrlich gewesen, hätten die mich jetzt durch die Wand getroffen, ne? Muss gar nicht, dass die noch kommen. Ach, Jungs. Sind das nur die beiden? Ja, gut, dass ihr alles verballert habt, ne? Finde ich zumindest gut. Guck mal, ein Schuss. Haha. Boah, Penner. Ich hab's so gewusst, ey. Ich hab's so gewusst. Wisst ihr was? Dafür brennt ihr in der Hölle. Hahaha. Ey, ohne Witz doch Schweinebacken. Jetzt könnte ich aber wenigstens mal das hier nehmen. Und es reicht halt kaum hier. Es reicht kaum, mich voll zu heilen. Nicht mal annähern reicht's. Schießt dir den Arsch weg. Du Arsch. So. War's das jetzt, bitte? Ja, scheint's gewesen zu sein. Oh, Mann. Ey, ohne Spaß. Ich wusste echt nicht mehr, dass so viele kommen auf Profi. Wer denkt sich denn sowas aus, bitte? Also wär's nicht schon schwer genug. So. Das Ziegenstück kriegen wir schon mal. Ziegenornament. Und damit geht auch endlich die Tür hier auf. Und die. Obwohl wir gar nicht mehr zurück wollen. Also ich will's nicht. So. Oh, meine Güte. Ich schräg mich auf hier. Über diesen blöden Schwierigkeitsgrad. Ich hab das viel leichter in Erinnerung auf Profi. Aber ich bin der Meinung, ich schlage mich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Müsste er zugeben. Es ist okay. Ich hab ziemlich moderate Tode. Die ich hier erleide. Warte. Peng. Ah, warte mal. Hier die Tür. Ich glaub, die ist verschlossen, oder? Ja, die ist verschlossen. Ja, da kommen wir von innen dann rein. Werdet ihr noch sehen? Oh, hier. Vögel. Die machen wir aber nix. Die Krähen in dem Spiel sind komischerweise nett. Oh. Das heißt nett. Aber sie greifen mich nicht an. Obwohl ich so zuschieße. Hallo. Oh, guck mal, wie tief's da runter geht. Boah, ich will da gar nicht runter gucken. Ich hab keine Höhenangst, aber es ist kein schöner Anblick, so rabenschwarzer Abgrund. So, hier kommt's erstmal zu keiner Konfrontation, aber seht mal hier. Hier. Da oben, ich weiß gar nicht, kann ich da rein irgendwie? Wahrscheinlich später mit Ashley, ne? Auf jeden Fall ist da ein Schatz, ihr seht's. Was? Wenn mir jemand hilft, komm ich vielleicht von dort oben aus hinein. Ja, ja. Ach so, hier im Brunnen sind übrigens ganz viele Kristalle. Finde ich voll gut. Also, was heißt ganz viele? Drei, ne? Drei ganz viele. Na, das war's schon. Schade. Aber ich meine, irgendwo wäre hier noch ein Schatz an der Wand. Das ist ja immer so. Ich vergesse da immer viel zu... wenig zu gucken. Da ist nix drin. Okay. So, einmal weghacken. Dann hier einmal weghacken. So. Ah ja. Brandgranate. Ich meine eigentlich, ich bräuchte so langsam mal wieder Blendgranaten und ein bisschen Scharfschützenmonie. Das wäre auch nicht verkehrt. Die brauche ich ja immer gerne mal. So gut wie ich damit treffe. Aber es gibt schon so ein paar Stellen im Spiel, da sollte man das haben. Och nein. Nein. Oh, das ist die Stelle, die hasse ich auch. Leidenschaftlich. Das Labyrinth, Leute. Das Heckenlabyrinth. Ich hab so keine Lust drauf. Aber was bleibt mir übrig? Geht ja nicht anders. So, ich muss nämlich hier wieder so ein Teil finden, was ich dann hier einsetze. Lässt sich nicht öffnen. Hier ist ne Kerbe. Zwei Monde bilden einen. Ja, tach. Wollen wir mal gucken, ob wir das Ding nicht zusammen kriegen. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So. Do you like my garden? No. So, you've managed to work in a little of your twisted taste here too. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehe. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Mine still. Do you know that no one dies without their cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends. Like chasing down a couple of rats. Two rats. If one's Louis, who's the other? Hm. Is there an intruder besides me? Yeah, yeah. Oh man, diese Stelle hier, das... Ah, 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 ah. So, dass ich jetzt wieder ein bisschen Schrotmunition beisammen hab. Ja, weil die wir nicht brauchen, Leute. Das ist hier... Richtig, äh, richtig schön wird das. Glaub mir. Der hat aber überall auch seine Tierchen und seine Dienerchen und seine Käferchen. Überall hat er was, um mich zu ärgern, ne? Ihr kriegt's ja mit. Boah. Ah, alter, hau ab. Guck was, der abzieht. Ah, lass mich verarschen. Scheiß Hund. Entschuldigt, aber es stimmt. Es ist einer. Und da ist noch einer irgendwo, ich hör's doch. Ich will nicht mehr. Ja, ich will nicht mehr. Ich nutz erst mal das hier, wobei ich das Grüne wieder nutze. Oh ja. Oh ja. Nur mehr, bitte. Ich hab noch nicht genug Angst. Oh man. Oh man, ja. Ihr habt's ja gesehen, was für einen abartigen Schaden er verursacht hat, ne? Das finde ich total fies. Oh oh. Ah ja. Warte mal. Ich glaub, das kann ich ganz einfach lösen, wenn ich euch einfach mal ne kleine Granate hinschmeiße. Ihr drei Hunde. Weißt du, drei Stück. Ihr habt schon gesehen, wie schlimm einer von denen ist. Haha. Mistviecher. Haha. Ja, ich weiß, das war jetzt vielleicht nicht ganz nett, aber notwendig. Glaubt mir. Da geh ich noch nicht lang. Problem ist, die Viecher springen auch gerne einfach mal über die Hecken drüber. Deswegen immer auf der Hut bleiben. Und wir finden Schrot. Immerhin. Na komm, ich hör dich schon. Scheiß Hund. Oh man. Natürlich kommen wieder zwei von euch, ne? Aber je mehr ich davon kille, desto sicherer kann ich mir sein, dass dann weniger kommen. Ja, muss man mal so sehen. So, über die Brücke geh ich noch nicht, weil ich glaube, das ist noch zu früh. Boah, kann ich mal aufhören zu knurren. Die ganze Zeit, ey. Ich bin total. Total fertig mit den Nerven. Oh, das ist ein gelbes Kraut. Yes. Oh man. Leute, ich hab Angst. Ah. Na, bist du doof? Guck mal, die sind so doof. Die kommen hier nicht rein. Haha. Na komm. Yes. Nein. Nein. Das willst du nicht. Störter Hund. So, danke. Thank you for dying. Oh man. Ich hör's halt permanent knurren. Mistfiecher. Mistfiecher. Oh man. Da ist noch was. Mondstein. Eine haben wir schon mal, Leute. Eine haben wir. Nur die andere bereitet mir noch so ein bisschen den Kopf zu brechen, bis ich sie jetzt kriege. Geht's daneben vorbei. Äh, nö. Ach ja, knurrt euch mal eins zurecht. Bis jetzt komme ich ganz gut klar mit euch. Ihr wisst, dass das nicht gerade für euch spricht, als Wachhunde. Oh oh. Oh. Ist die Sau. Nein. Lass mich los. Du Drecktöle. Ja, Entschuldigung. Aber, wenn ihr Hundeliebhaber seid, ihr könnt sicher verstehen, warum ich jetzt gerade die Viecher so ein bisschen nicht mag. Das ist noch nett ausgedrückt. Ja, lass mich raten, ihr seid wieder im Käfig, was ich doch stark hoffe. So, komm, schnell, schnell, schnell. Halsspray. Ja, danke. Oh, Mann. Tentakelviech. Hallo? Oh, Entschuldigung. Bin ans Mikro gekommen. Äh. Ne, Leute, ich gehe von der anderen Seite ran. Weil ich weiß genau, wenn ich da von der Seite rangehe, dann kommen sie aus dem Käfig raus. So kann ich wieder schöne Granate reinpfeffern. Deswegen mache ich das nicht. Oh, guck mal, das ist ja noch ein Schatz. Ha. Und? Ah, ein roter Edelstein. Den kann ich auch gleich wieder als Schatz kombinieren. Aber das mache ich gleich. Jetzt erstmal nicht. So, ich mache mir das ein bisschen kürzer. Und zwar springe ich jetzt einfach hier munter, locker, flockig runter. Oh. Alter Hund. Ich wollte jetzt Schwede sagen, aber du bist ein Hund, das passt nicht. Wow. Wow. Hau ab. Nein. Ey, wie ich halt geschossen habe. Zieh dich. Oh, du Dreckvieh, Mann. Ich will nicht mehr mit euch spielen. Ihr seid bescheuert. Na ja, komm. Dumme Hunde. Echt jetzt mal. Und mir geht langsam die Schrotmunition aus. Das finde ich gar nicht lustig. Und wo? Ey, ich höre es halt irgendwo noch rummatschen. Verdammten Tentakelhunde hier. Oh, das ist das Zweite. Juhu. Aber ich mache das hier noch fertig, Leute. So viel sei versprochen. Ich will noch alle Hunde killen. Wow. Und die Schätze holen. Nein. Alter, wie viele halt, ne? Zehn Hunde hier. Zehn tausend. Gut. Gut, hoffentlich ist der eine schon mal tot, wenigstens. Ja, ist beide tot. Danke. Danke, danke, danke. Jetzt kann ich es mir erlauben, mal wieder so eins zu nehmen. Ey, ich habe nichts mehr. Keine Muni mehr. Das ist doch scheiße. Ja, toll. Ja, toll. Aber wisst ihr was? Ich pfeife auf die zwei Hunde. Sorry. Oder die drei, die da noch im Käfig sind. Ist mir egal. Ich hau jetzt ab. Auch wenn ich jetzt den Schatz verpasse, das... Oder? Soll ich's? Ach, komm, Leute. Ich hol's mir jetzt. Was soll's? Was soll all der Terz? Ne? Was soll der Terz? Dann geht der Brugel halt drauf. Was soll's? Da ist ja nur einer. Da ist ja nur einer. Hier hinten ist auf jeden Fall noch was. Ah! Ein Hund, ja? Ein Hund. Alter! Hau mal ab. Hau mal ab. Kumpel. Ein Spindel. Ja, das hat sich gelohnt. Doch, doch. Ohne Handgranate. Yes. Das hat sich auf jeden Fall jetzt gelohnt. Ah, nur drei Schuss, ne? Für das Teil. Ach, Mann. Dann mach ich das mit der Pistole halt. Ich hoffe, das reicht. Nicht, dass der jetzt da rauskommt. Guck mal, wieder abspaggot. Oh, nein, nein. Ich bin der Spaggot-Hund. Hallo, treff ich überhaupt? Na klar, 15 Schuss für nix. Was machst du denn da? Yes. So, jetzt war's das aber, oder? Ich hab nix mehr für nen weiteren Hund. Das wär jetzt extrem schlecht, wenn da noch einer kommt. So. Ding. 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 Und auf. Alles Klärchen. Wunderbärchen. Jetzt hau' ich aber ab hier. Ich hoffe mal, es kommt keiner mehr. Ich hab keinen Schrot. Ich kann mich nicht wehren. Hört ihr? Ich bitte um Rücksicht. Ja. Dankeschön. Achso, warte. Jetzt kann ich ja noch den Schatz mal kombinieren. Ja, und zwar so. Oh, meine Güte. Wo haben wir es denn? Ha, da. Kombinieren. Tue mal hier rein. Wunderbar. Kann ich das nicht irgendwie? Ich probier jetzt mal alles aus, aber ich meine eigentlich nicht, dass ich das... Ah, seht mal die Kronkorken. Nee, kann ich doch nicht kombinieren. Schade. Okay, lässt sich nicht öffnen. Hier ist ne Kerbe. Zwei Mone bilden. Einen. Und machen wir mal den. Mit dem. Und einsetzen. Oh, meine Güte. Ich hasse diesen Abschnitt mit den Hunden und dem Labyrinth. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Ha! Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You. Working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Ha! See you around. Ada! Ja. Ja. Cool wie eh und je. Ihr habt's gesehen. Ähm. Ach ne, warte. Ich speichere nicht. Das mache ich gleich. Da gibt's ja mal eine Schreibmaschine. Weil ich hab noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Machen wir mal ohne speichern. Das mache ich dann gleich an der Schreibmaschine. So. Erstmal die. Wunderbar. Dann noch hier. Ja. Aber wie gesagt, da ist noch ein Händler. Zu dem gehe ich gleich erstmal. Ja. Ada Wong, Leute. Auch sie spielt hier wieder eine Rolle. Sogar eine ziemlich große später, muss ich sagen. Also es ist jetzt... Weiß nicht. Sie hat Teil 2 wohl doch überlebt. Ihr wisst ja, als sie da schwer blutend lag. Ja, ich mein, sie hat mir noch den Raketenwerfer zugeworfen. Das hat man ja auch noch gesehen. Steht da schon wieder der Kumpel. Aber warte mal. Ich werde gleich die Notiz noch lesen. Was ich auch nicht verstehe. Der steht hier rum. Um ihn rum die Schränke hier. Ja, hier zum Beispiel noch ein Schatz dabei. Spiegel mit Perlen. Dass der normalerweise nicht auf die Idee kommt, selber in die Schränke zu gucken und sich die Schätze rauszunehmen, lässt er mich das machen und ihm den Kram verkaufen. Ich find's gut. Weibliche Eindringling. Es scheint ein weiblicher Eindringling unter uns zu sein. Wahrscheinlich gehört sie zu Serra. Wir glauben auch, dass sie es war, die das injizierte Ei vor dem Schlüpfen des Parasiten auf Serra entfernte und ihm vor dem Eintreffen des Amis die Probe stehlen ließ. Sie ist eindeutig auf die Probe aus. Wir müssen sie finden, bevor sie zu Serra Kontakt aufnimmt. Bestimmt arbeitet sie in jemandes Auftrag. Wir brauchen sie lebend, um sie zu befragen. Sie müsste alle unsere Fragen beantworten können. Wenn wir sie haben, müssen wir uns um Serra keine Sorgen mehr machen. Wenn wir die Probe wiederbekommen, kannst du ihn beseitigen. Dass sie immer so von der Probe reden, als wäre es irgendwie was Besorgeneres. Willkommen. Ja, wir können schon wieder tunen. Und ich würde sagen, ich verkaufe erstmal die TMPs. Ich habe halt nichts mehr, ne? Es wird dringend Zeit, dass ich mir da mal ein bisschen Muni beisammen kriege. Ah, Spinell. So, den verkaufen wir nicht. Obwohl, wir können mal so ein grünes Auge langsam verkaufen. Ja, immerhin fünf Stück. Es gibt noch ein blaues Auge, aber das kriege ich bald, hoffe ich doch. Na, ich weiß nicht. Ja, ich verkaufe die beiden jetzt. Ist ja wurscht. Ich glaube nicht, dass ich die noch großartig hätte kombinieren können. Den für Broken Butterfly. Na, ich weiß nicht. Die werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Ich weiß noch nicht. Soll ich es mir kaufen? 38.000. Ich brauche sie jetzt noch nicht, aber machen wir mal später. Ich kaufe sie mir später, weil ich bin eigentlich der Meinung, ich finde sie noch im Schloss, diese Knarre hier. Bin ich eigentlich schon der Meinung. Naja, liegt da nicht noch was? Ach, so habe ich schon genommen, ne? Joa, war Muni. Oder was auch immer. Gut. Achtung. Ah, ich wusste es doch, da ist noch was. Seht ihr das? Achtung. Ich sehe es halt jetzt nicht, aber... Paff. So. Ein Spinel. So, wunderbar. Das war es aber, glaube ich. Was ist denn das für eine Decke? Guck mal. Sieht komisch aus. Sehr komische Stützbalken. Na ja, gut, Leute. Mach hier mal ein bisschen früher Schluss. Schmeiß euch raus. Und sage schon mal bis zum nächsten Mal mit Resident Evil 4.